Freunde, willkommen zurück zu Zelda Link's Awakening. So, ich werde jetzt erstmal sehr waghalsig und... Ja, ich werde mein Glück herausfordern. Und was haben wir? 50 Rubine. Bis da drüben komme ich nicht, ne? Zack! Nein. Ja. Ich will die Herzen, ich will die... Mann! Zack! Naja, hat mir nun auch nicht so viel... Doch, hat mir schon einiges gebracht. Naja, egal. So. Ich weiß gar nicht... Ja, dieses Geräusch, das ist schon wieder so... ...verwirrend. Nein, geh bitte weg, geh bitte weg. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mann, ich bin ja schon am verrecken, Mann. ...daufe Viecher. Oh, Mann, Alter, das ist doch so schlimm hier mit den ganzen Gegnern, Mann. Was soll denn das, Mann? Yeah. Immer schön vorsichtig, immer schön vorsichtig. Okay, hier ist grad gar nix. Ach du Kacker. Zack! Zack! So, Herzen sind sehr wichtig. Her damit. Zack, 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 zack! Und was finden wir? Eine Karte. Gut. So, ich bin auch schon wieder fast komplett geheilt. Das ist schön. So, hier kann ich dann schön hier lang. Dum, 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 dum. So. Hier ist... Ach so, schon wieder so ein... ...so ein Typ. Oh, du hast mich also gefunden. Du bist wirklich penetrant. Weißt du das? Haha, haha. Zack. Bam. Ah, du bist stärker als ich. Noch! Ich komme wieder. Was ist denn das hier? Was will denn der Kerl? Warte mal, da oben war da noch einer, ne? Also, hier oben war ja wieder so ein Raum. Ich denke mal, das hängt irgendwie zu... Hallo? Was ist das für eine Verarsche? Ja, du darfst sterben. So. Du darfst auch sterben. So. Wieso kommt jetzt kein Gegner? Verarschen? Egal, dann... Ach so. Ja, na... Wieso ist auf jeden Fall... Ach, egal. Jetzt kommt hier ein Boss. Wieso kommt jetzt auf einmal hier einer und... Na ja, egal. So, du hast mich also gefunden. Ja, du bist scheiße. Ich mag dich auch nicht. Zack. Bäm. Ah, du bist stärker als ich. Bla, bla, bla. Ja, und einer... Einer fährt da noch. Da waren vier so eine Räume insgesamt dazu, ne? Und der andere, der war irgendwie weiter am Anfang. Ich gehe mal nochmal hier lang. Und ich glaube teilweise sogar, dass der eher hier war. Da komme ich noch nicht weiter. Aua. Das ist aber ein seltsamer Block. Ist ja schön, wenn es ein seltsamer Block ist. Ach so, jetzt bin ich hier. Zack. Irgendwo hier. Wo war denn der mit den letzten, äh... Wo war denn der mit den vier Dingern da? Der war auf jeden Fall irgendwo, das weiß ich. Ich weiß das, Leute. Die Gegner können sich nicht von mir verstecken. Zack. 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 Uh. Nein, hier nicht. Hier vielleicht. Nein, aber... Naja, vielleicht doch. Erstmal holen wir uns die Macht, so. Ups. Äh, wo war das her? Könnte hier gewesen sein. Nein, könnte... Ist nicht hier. Ist gar nicht hier. Oh, was mache ich denn hier eigentlich? Nein, war ja klar, dass es hier nicht ist. Wieso dachte ich denn, dass es hier ist? Oh, tschüss. Voll verkackt. So, speichern wir weiter. Mein, was ist denn der für ein Scheiß? Ah, du Arsch Alter, willst du mich verarschen? Ja, will er Natürlich will er mich verarschen Hier war es, genau, hier war der Genau Oh, du komm jetzt her, du Arsch Zack Keine Chance hat er Zack Und zack Er ist voll besiegt, ja Und nun? Ah Jetzt besitzt du den Enterhagen Damit kommst du über Schluchten Oh, yeah Ups Ich will doch Ach so, ja Zack, yeah, geil, Mann Enterhagen, cool, Mann So, nee, das ist jetzt echt cool Vor allen Dingen ist es jetzt praktisch Jetzt kann ich einfach hier Zack Wo ja trotzdem die Flügel, die Greifenfeder Mensch, Mensch, Mensch So, wo können wir denn jetzt direkt unseren Enterhagen testen? Ja, bei den Masken dieser Typen Zack Oder auch so Zack Oh, ist das geil Zack Zack, zack 200 Rubine Oho Ja, nun habe ich leider Komplett volle Rubine Hm Ist irgendwie schade Ist das geil, Mann Das ist ja so Oh, ich fühle mich so übermächtig Ich weiß auch nicht Hm Zack Ist das cool, ey Kann man die auch töten? Zack Nein Ähm Schlüssel habe ich gerade nicht Also beruhigt habe ich mich jetzt nicht Zack Jetzt geht das hier auch voll easy Zack Mensch, ey Zack 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 Und ein kleiner Schlüssel Sehr schön Also der Enterhagen ist in dem Spiel echt geil Muss ich sagen Richtig geiler Mann Zack Voll cool Macht voll Spaß Zack So ein Arsch So, ähm Gibt es jetzt noch irgendwas zu tun hier? Äh Ich weiß jetzt nicht Wo ich jetzt hier bin Hier bin ich jetzt Aber Genau Hier unten war doch Dieses eine Loch Genau 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 Hier will ich hin Zack War hier irgendwas? Nee, ne Eigentlich war hier nichts Doch Nein Ja Doch Jetzt habe ich vergessen die Macht zu holen Da ich den Endgegner Schlüssel noch nicht habe Ist das sinnlos für mich Wenn ich jetzt so Ihr wisst schon Voll das Herz Da ich den Endgegner Schlüssel noch nicht habe Wäre es leicht sinnlos für mich Wenn ich probieren würde Ähm Zur Tür zu kommen So Ach du Kack Was seid ihr denn? Enterhaken Zack Kommst du klar? Kommst du klar? Hallo? Was bist denn du für... Wieso hat er denn? Wieso hat er denn gerade das Auge offen und jetzt... Aha Mann du Arsch Ich gucke dich jetzt nicht an Zack 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 Oh Ist das fies Ah Toil Jetzt bin ich weggeräumt Ich brauche Herzen Dann würde ich sagen Nach dem Part hier werde ich das Handy erstmal anstöpseln und falls ich dann noch mehr Parts mache Und was machst denn du da oben hier in meinem Durchgang ne? Du Schlingel Du Trainer Schlingel Du willst hier Und ihr Ja ihr Ihr müsst ja nicht erst ankommen Und du da Hm So hier oben war jetzt nix ne? Äh Falsch Karte gucken Rechts war was Dann muss ich erstmal hier Hier war nix weiter ne? Nö Dann kann ich hier Schön aufpassen So Und dann Machen wir mal Lucky Lucky Zack Dann Zieh mich Beam mich hoch Scotty Zack Zack Ist das geil Ey Das ist so stark So Dann kann ich Ja Das ist ganz gut Zack Und dann Losgezogen Zack Und Bams Da haben wir gleich schöne Herzen Zack Du hast 50 Robine gefunden Und ich hab da auch schon 999 Mann Oh So So hier ist ein weiteres Küstchen Kleiner Schlüssel Alles klar Voll geil Voll geil Ups Nein Kann ich wieder runter gehen Kann ich wieder runter gehen Ähm Ja ich mach hier einfach mal Pause Leute Weil Wie viel hab ich Einen Schlüssel hab ich grad nur Ja ich muss halt gucken Ob ich cool bin oder so ne Ich hab schon 9 von 12 Fotos Ist ja geil Naja egal Ähm Ich mach jetzt Schluss Und im nächsten Part kommen wir hoffentlich schon bis zum Boss Das wär geil Ähm Einfach mal gucken Also dann Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ciao